Der eine ist ein versoffener Skipper, aber einer der Besten, wenn er mal nüchtern ist. Der andere ist ein Versicherungsmakler, der eigentlich einen ruhigen Urlaub verbringen wollte. Eine ungewöhnliche Einladung bringt sie zusammen. Was sollte das werden? Das Boot muss also in Hawaii in 21 Tagen sein. Ich kann nichts segeln, deshalb frage ich Sie. Ich brauche einen kleinen Vorschuss, ich muss meinen sechs Tanten auslösen, meine Uhr und meinen ersten Offizier. Das ist wirklich riesig, du! Aber damit bekommen Sie jede Menge Ärger. Ich sag dir, was ich denke, wenn du wirklich recht hast, dann sollten wir ausbrechen und zwar so schnell wie möglich. Denn wenn Heroin im Spiel ist, wird der Urlaub ganz schön ungemütlich. Aber jedes Problem lässt sich lösen. Heroin Connection. Ihre Gegner sterben jung. Sie haben den jenen thumbnail. Was war das Ganze zum Beispiel? Keimos tocar bend für Sie. Was trdet Ling... Überd Gef Alltag war dasmiyor.